Leute, wir haben die Mine geschafft! Sagen wir es, wie es ist. Ich habe die Mine geschafft! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von den Hofgeschichten hier auf dem Vorhof. Und wieder mit dabei, der liebe Zwiebel und der Brilli. Moin. Mahlzeit. Moin. Drück. So, dritter Tag im Herbst. Äh, Jahr 1. Wir sind immer noch im ersten Jahr. Ja, frag mich, ob wir unglaublich langsam sind oder ob das Spiel so gechillt ist. Okay, wir können wieder pennen gehen, es regnet. Nee, wir wollten doch sowieso in die Mine. Passt doch perfekt. Stimmt. Hallo Brillibi, ich würde meinen Kühen gerne einen speziellen Leckerbissen gönnen. Sie sind so gute Mädchen und haben auch Hunger. Könntest du mir ein wenig Amarant bringen? Sie lieben das Zeug. Danke, Barney. Amarant. Amarant. Mal gucken. Ja, kann man anbauen. Wir haben ein bisschen Amarant angebaut, aber... Ja, das ist noch nicht fertig. Los, komm, wir gehen in die Mine. Warte mal, nee, wir können erst mal ernten hier den Mais. Das macht man nicht so schnell. Ja, vor allen Dingen können wir ein bisschen Mais zum Essen mitnehmen. In die Mine. Stimmt, der bringt Energie. Energy. Da unten sind noch drei Pflanzen, nehmt die mit. Okay. Rupf, rupf, rupf. Und wenn Tamara leeren, was kriegen wir weg? Wer bringt denn der? Ja, 45, 18. Der goldene. Ja, gut, ey. Das ist jetzt, ey. Nein. Ist nicht so viel, gell. So. Na gut. Auf geht's, Turm. Ja. Und du sagst, wir können jetzt hier mit der Bahn fahren? Jo. What's up, me? What's up, me? Mine. I come, du schwar. Mine. Tatsächlich. Geil. Brilli, nimmst du die, nimmst du die, nimmst du die. 110 sind wir schon. Krass, ey. Das ist Minenkater. Mine, what's the way? Ich bin da schon da. Das hält's ja. Jo, Brilli. Boah. So. Muss ich leider. Mach den Weg frei. Abgestochen. Bam, 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 bam. Oh, nicht der schon wieder. Haben sie die Leiter? Ich hab die Leiter. Leiter. Komm mal einen Schritt zurück. Leiter, die Leiter. Oh, unter dem Gold versteckt. Der ist gewachsen. Oh, der bewegt sich. Oh, ja. Alter! Oh. Geht ihm so. Riesen-Rutsen. Was ist das? Ey, ey, der schießt. Leiter gefunden. Leiter. Oi, Leute. Oi, Leute, auch ein Gliedschirten. Alter, seht ihr mal den Raum? Der ist ein Stern. Habt ihr das gemerkt? Ja. Ja, stimmt. Wo du es sagst? Du hast eine sehr gute Beobachtungsgarbe, die da drin ist. Ich bin cool. Du bist... Ich bin cool. Aber wir müssen das Feed da unten noch klären. Ist gut. Takumbe! So. Hier ist die Leiter. Ich sage, hier ist die Leiter. Zwiebel steht einfach nur mit seiner Chili da und klotzt blöd. Halt's mal, ich habe gerade meine... Oh, hier lebt noch was. Hier lebt noch was. Leider. Gewischt. Oder sind wir ganz unten angelangt? Ist der Sternenraum. Nein. Das letzte Level. 113. Ich glaube, das hätten sie ein bisschen imposanter hier. Ich habe auch imposant. In Szene gesetzt, meinte ich. Das ist schlecht. Da muss das denn mit dich mal duschen gehen, glaube ich. Oh, das gibt kein Leiter hier. Kein Leiter. Leider, keine Leiter. Hier! Aua, 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 aua. Put ihr hauen. Ja, Gott, ihr macht das alle Ding, du. Riech, ihr macht das... Hier ist die Leiter. What? Hier ist die Leiter. Ne, die ist hier unten, die Leiter. Pass auf. Hier ist die Leiter. Ich sage, die ist hier drüben. Hi, Sir. Tatsächlich, dieser alte Lacker, ey. Tapp, 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 tapp. Ich weiß jetzt schon, wo die Leiter ist. Damm. Hier unter, unter dem hier. Ne, Leiter. Nein, Leiter. Blut. Hä, müsste nicht jetzt eigentlich der Aufzug schon da sein? Ja. Ach, da ist er auch. Das stimmt, in der 115 müsste eigentlich der Aufzug sein. Hast du recht. Da ist doch ein Aufzug. War auch da, keine Sorge. Gut. Hast du eine registriert? Ne. Muss man nicht registrieren, weil man da sein muss. Okay. Mautchen. Oh, ist jetzt dies. Das ist doch verstanden. Hier, Leiter, Leiter. Ich hole doch das Gold hier. Was ist das? Weiß ich nicht. Aquamarine. Aha. Aquamarine? Ja. Piu, Piu. Laser. Leiter. Sauber. Oh, 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 oh. Komm mal runter. Ach du Scheiße. Das gefällt dir denn ab. Gibt Stress oder was? Oh, cool. Oh. Was ist das Grüne hier? Das ist bestimmt Uran. Aquamarine. Äh, Smaragd. Nice. Aber mit der Karre kannst du nicht fahren. Morland. Muss was essen. Hattest du letztens wieder einen Trip zu Ikea und warum bist du jetzt auch immer so zu Schweden-Affin? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Ich hatte ein Date mit Astrid. Blindgrain. Muss man was essen jetzt? Da ich weiß, wie deine Verlobte heißt, frage ich mich, wer jetzt Astrid ist. Blindgrain. Achso. Stimmt, das ist ja mittlerweile die offiziell Verlobte. Leiter. Die offiziell Verlobte stimmt ja. Ja, ja. Ja, ja. Kaum vergehen ein paar Jahre, ne? Ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz. Den brauchen wir. Ein Pilz. Wofür brauchen wir Leiter? Leiter. Für so Quests. Weil ich hab ein Pilz mit, den ich eventuell esse, weil der gibt einfach mal zwei oder noch was Energie. Oh, oh, oh. Gucken, dass ich Platz im Inventar hab. Was schmeiß ich weg? Oh, Errungenschaft. Das untere Ende. Wir haben's, glaub ich, geschafft. Wir sind unten. Ja. Was? Ja. Leute, wir haben die Mine geschafft. Sagen wir's, wie's ist. Ich hab die Mine geschafft. Nice. Ein Schlüssel. Du hast den Gegenstand Schädelschlüssel gefunden. Du weißt nicht, wofür er da ist, aber er scheint wichtig zu sein. Er wurde deiner Geldbörse hinzugefügt. Aha. Cool. Hast du den heiligen Maiskolben gefunden, oder warum hältst du ihn so? Leute, ich hab die Mine geschafft. Finde den Nutzen des Schädelschlüssels heraus. Ja. Ist das ne Quest, oder was? Ja. Ah ja. Okay. Der Schädelschlüssel. Ich hab vorhin da was gesehen. Was denn? Das, ein Schädel an der Wand. Ja, das haben wir alle. Mine verlassen. Guck mal, wir brauchen auch ne bessere Spitzhacke, damit wir hier mal durchkommen bei Gelegenheiten. Oder einfach ne Bombe vorlegen. Wir haben doch Bomben. Ja, aber die sind zu Hause. Meinst du diese Cherry Bombs da, oder was? Ja. Nee, nee, wir haben ne richtige Bombe. Aber ich weiß nicht, ob das damit geht. Wo ist das denn? Ich glaube, wir brauchen eher die krasse Hacke. Was kostet denn hier die Spitzhacke 2.5 oder so, ne? 2.000, hm. Ah, okay, okay. 2.000 und entsprechend Kupfer. Haben wir nicht. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Wir müssen dann echt über den Winter auch kommen, ne? Ja, ja. Ja, ja. Ah, pappalapa. Ich hab noch Energie. Was machst du denn? Ja, dann haben wir das Spiel ja jetzt durchgespielt, oder was? Jo, also, tschüss dann. Vielen Dank fürs dabei sein. Danke, Leute. Macht's gut. Wieso durch? Nee, nee, nee. Also, ich mein, die Mine ist fertig. Aber ich bringe jetzt alle Hühnraum. Aber sag mal, haltet mich auf oder lasst es, oder? Kann man die umbringen? Hallo? Was? Hallo? Da hatten wir doch eine Quest, die erreichte das Ende der Mine, oder? Ja, ja, die ist jetzt abgeschlossen. Ja, aber gab's da keine Kohle für? Ach, nötig. Das ist eine scheiß Quest, sag mal. Das ist quasi, wir haben jetzt quasi die Folge-Quest mit dem Schlüssel, die hier. Ah, okay. Hier liegen noch Eier überall. Hat die keiner geholt heute, oder was? Sieht so aus. Alter, lass mir doch das Ei jetzt nehmen, du! Alter, Borg, tauch mal da. So, das war die Frage, wo war jetzt der Pilz? Ey, Borg, ich, ich, komm nicht an! Alter, hat ja jemand meine Saat kaputt gemacht, meine, 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 meine tausend, tausend Goldsaat? Nö. Da ist doch, ich seh sie doch. Ja, aber die ist nicht mehr rot, deswegen. Nö, das ist halt eine krasse Saat, die wechselt halt in die Farbe. Bei Färbemittel. Los, komm, Brilli, noch eine Runde hier. Was? Zäger happy. Kaputt. 20 Uhr, schaffe ich das? Nee. Nein, das ist kaputt gegangen. Okay. So, mit O. Okay. Schaffe ich das? 20 Uhr? Ja, das schaffe ich. Komm, ich bringe noch die zwei Sachen zum Färbemittel. Wo war denn das Färbemittel? Das war jetzt im, am schwarzen Brett. Okay. Was willst du denn mit einem Färbemittel eigentlich? Ja, das ist die nächste, es ist auch wieder so eine Quest im Community-Zentrum. Im Community-Zentrum. Im Community-Zentrum. Hier ist ja noch gemischte Saat, ne? Ich säre die mal, oder? Ja. Ja, wenn die da gut tut, dann mach das. Mach du die gut. Oder du die nicht so gut. Hier ist ja noch Schatten-Essenz. Wovon haben wir jetzt 20 von? So, Färbemittel. Das hier, zack, ist drin. Und das hier, zack, ist drin. Jo, Taddeus, ich hab hier Schatten-Essenz. So ein Aquamarin müsste auch bei den Färbemitteln noch rein. Brilli, hast du noch Gold auf Tasche oder so? Nein, hab ich gerade reingetan. Also Gold-Muggets. Ja, ja. Ja, hier rein. Hier in die. Ja, geh raus, sonst find ich's nicht. Neun Stück. Du bist ja ein Lügenmaul. Ja, dann hast du's ja schon genommen. Richtig. Mehr hast du nicht. Gefrorene Geode brauchen wir hier noch. Und Kaulbarsch. Barsch. Kaularsch. Leute, Penn. Achso, Penn. Ich muss zurück. Ich hab jetzt vier oder fünf Sachen am schwarzen Brett in die Quests reingepackt. Hammer. Unser Eichelerz. Eichelharz. Unser Eichelharz? Ja. Ahornsirup. Äh, ne Sonnenblume und, äh, nen Pilz. Toll. So. Ja. Wir sind so stolz. Danke. Danke dir. Pennen. I am on my way. I am already on the farm. Sponge over, ja? Yes, yes. So. Home sweet home. So, ist er im Bett. Piep, 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 plupp. Pup, pup, tut, tut. Piu, piu. Guck mal, die Eier. Springt die Eier langsam Kohle. Guck dir. Ach nee, da ist noch Mais dabei. Wer verkauft hier schon wieder Holzzäune? 23 Stück. Das lohnt sich überhaupt nicht. Warum denn? Ja, ist doch scheißegal. Ja, warum nicht? Ja, wir können doch vielleicht später noch mal für andere Tiere einen Zaun gebrauchen. Ach, pappalapapp. Der macht jetzt nur noch Steinzäune. Genau. So, ich könnte erstmal gießen hier. Ja, dann besorg aber auch Steinnachschub, ne? Also, fürs, äh. Ja, ja, ja. Leute, gießt euch jetzt mal die Seele aus dem Leib hier. Dafür wäre doch vielleicht eine Spitzhacke ganz schön, oder? Die Preiselbeeren müssen wachsen. Preiselbeeren sind unser Freund. Du kaufst jetzt eine neue Spitzhacke, oder was? Ich kauf jetzt die größere Spitzhacke, ja. Ach so. Kauf uns bitte auch eine, weil das wäre Assi sonst. Geht nicht. Bist du doof? Wir haben nur 2000. Ja, dann gibt's nie. Äh, beim Schmied. Unten, wo der auch der Geodentyp ist. Also, das ist ja der Geodentyp. Äh, ach da. Unten rechts über diese Brücke da. So, na dann. Ich gieß mal mit. Aber ich hab jetzt schon so ne krasse Effektivität auf der blöden Gießkarte. Äh, aber irgendwie scheinen die nicht besser zu werden. Guck mal, wie wenig ich nur machen konnte. Ja, du verbrauchst weniger Wasser eigentlich. Ja, irgendwie. Wie fanden wir denn früher? Aber braucht gar nichts? Äh, alles? Pff, keine Ahnung. Mehr wahrscheinlich. So, du wohnst ja nie. Egal, der nie. Ja, natürlich verbrauchen wir mehr. Was denn sonst? Das ist doch Wasser. Nein, das ist doch kein Meerwasser, du Depp. Ja, See. Das ist doch alles das Gleiche. Seewasser war auch mal Meerwasser. Meinst du? Ja. Möchte ich jetzt wohl nicht unterschreiben. Und das Schriftgefägen. Ich freue mich schon auf die Kommentare von den Leuten, die sich auskennen. Ja, genau. Ey, sag mal, das wird immer weniger Gras. Da wächst das nicht mehr weiter auch, oder was? Ach, man kommt, wisst ihr, wo man direkt rauskommt? Wenn man mit dem Dings fährt, direkt beim Schmied. Das ist doch wirklich geil. Wenn man an der Bushaltestelle in dieses Minendings einsteigt, kommt man direkt beim Schmied raus. Ja, das ist geil. Ja, das ist geil. Das ist voll geil. Das ist ein paar geil. Ich würde, wir sollten Wein und Hopfenbauern dann werden. Im Herbst machen wir Wein, im Sommer nur noch Hopfen. Da ist der Ende. So, der macht auch gleich auf. Ich hoffe, ihr seid, wenn ich fertig bin, zufällig mit dem Biefen. Sind wir. Geil. Wieso? Nur so. Erste Sekunde. Mahlzeit. So, Werkzeuge verbessern. Kupfer, Axt, Kupfer, Spitzhacke. Macht er echt, ne? Ich mach hier Fehler. Ich mach große Fehler. Da musst du diese scheiß Kupferbarren mit hier mittragen oder was? Naja, klar. Das wird Asselkopf, ey. Wo ist denn die ganze Kohle? Hier waren noch 20 Kohle oder so im... Wo ist die ganze Kohle hin? Keine Kohle mehr da. Du als auch ich haben einige Nuggets gemacht. Ich hab sowas noch nie verbraucht. Warte, Kuku. Ah, okay. Sorry. Ich leg sie hier in die Kiste rein. Aha. Was ist das, ein Kürbis? In die Rohstoffkiste reingelegt? Äh, ja. Okay, super. Dann kann ich noch mehr... Noch mehr Gold Nuggets machen. Jupp. Ich glaub ich geh heute mal... Ich glaub ich geh heute mal wieder fischen. Das ist natürlich wunderbar. So, ich bin wieder da mit den... Ich brauch Köder. Köder. Barren. Köder. Heferfleisch. Ich bring mal noch dieses... Äh... Güpferespräch. Aquamarine. Aquamarine in die Quest. Okay, ich fange damit sobald wie möglich an. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Wie? Noch nicht mal 1 Cent hier oder was? Ne, ne. Zwei oder drei Tage musst du warten jetzt. Alter. Und dann? Muss ich nochmal hin? So, da liefert er wenigstens frei aus. Dann musst du, glaube ich, nochmal hin. Und das abholen. Ja, ne. Ist klar. Ja, ne. Klar. So, Leute. Jetzt gibt's nochmal eine Runde Angeln hier. Hat man lang nicht mehr da. Du müsst mal ein paar Fische hier rausholen. Oh, geil. Leute. So, wo war jetzt der Aquamarine? Hier nicht. Hier auch nicht. Braucht sicherlich auch nicht. Hier. Was ist das? Zack. Ah, ich komme hier bei Färbemittel. Ich brauche einen Seeigel, eine Entenfeder und einen Rotkohl. Seigel, bitte. Es heißt Seigel. Seigel. Sag mal, apropos Seigel. Wir haben hier noch eine Magma-Geode bei uns gehabt. Seigel. Die würde ich jetzt zum Schmied bringen, oder? Mach mal. Sag doch mal, ob es jemand mag. Na, ist klar. Aber die kostet Geld. Obwohl, wir haben ja, der hat ja schon bezahlt. Aber eine gefrorene Geode haben wir nicht noch zufällig rumliegen, oder? Da habe ich jetzt nicht geguckt. Ey, hier ist doch dieses Verschlossene. Warum kann da der Totenkopfschädelschlüssel nicht ran? Es ist verschlossen. Also hier passt er auf jeden Fall nicht. Also quasi auf keinen Fall? Ja, klar. Ich wollte einen nicht schenken, dem Typen. Ach so, er ist so beschäftigt mit meiner Kupferspitzhacke, dass er noch nicht mal so eine Geode aufknacken kann mal zwischendrin. Verstehst du? Oh, okay. Ja. Den wollte ich eigentlich klar machen. Abigale. Ich mache Abigale klar. So, und die Frage ist jetzt, du hast doch, oder einer von euch hat gesagt, wir haben noch so Bomben. Ja, haben wir. Eine Bombe haben wir auf jeden Fall. Wir haben hier so Kirschbomben. Hier ist Abigale. Das löst eine kleine Explosion aus. Abigale, dann bekommst du eine schöne Pflaume schon. Es geht auch mit einer normalen. Ich brauche es einfach nur deine blöde Picker. Ich opfer mal eine. Ich probiere mal eine aus, wie es geht. So. Wir haben hier vier Stück. Was habe ich gesagt? Gefrorene Geode, ne? Ja. Ha! Daneben. Ha! Rasiert. Vielleicht gleich noch jemand mit PUBG. Was ist? PUBG. Ich spiele gleich noch mit Basti PUBG. Höchstwahrscheinlich. Oh! Ach, das war ernst gemeint. Leute, es hat gereicht. Es hat wirklich gereicht. Was? Der Durchgang ist frei. Echt? Ja, es hat gereicht, die kleine Kirschbombe. Siehste, ich habe es die ganze Zeit gesagt. Mir hat niemand geglaubt. Okay, ich komme. Weil du so ein Lügenmaul bist. Ey, Leute, hier exklusiver Content. Nur bei mir zu sehen. Nur bei mir. Ja, was verkauft der Typ denn dahinter? Keine Ahnung. Irgend so ein Java sitzt hier. Ja. Er sagt, Er spricht Finnish, glaube ich. Ah, ja. Du glaubst Finnish, ja? Ja. Quatsch immer an. Ich glaube, er spricht Finnish. Du hast aber schon ganz schön Slang drauf in der Empfindungsstimmung. Alter, echt? Das ist ein Ort für nicht, was du da machst. Oh, bei mir spricht er Aber da ist eine Kiste. Warum kann man da den Schlüssel nicht benutzen? Etuhunu, pet em Eulu. Eulu? Der braucht Öl. Aber meinst du? Na, Eulu klingt doch wie Öl. Jetzt kann ich nicht mehr mit ihm reden. Jetzt ist es vorbei. Ja. Scheiße. Wie kann man denn den Schlüssel benutzen, ist die Frage. Da, Geldbörse. Ah, okay. Wo hast denn die gefunden, die Geldbörse? Äh, im Inventar, neben dem Inventar sind die Fähigkeiten, wo man sieht, was man an Minen arbeitet und so weiter. Neben dem Inventar? Ja, drückst du E für Inventar und dann ist der zweite Reiter Fähigkeiten hast du und die Geldbörse. Ah, und da ist der Schlüssel. Aber den kannst du nicht anklicken. Nee, kannst nichts mit machen. Der wird wahrscheinlich automatisch verwendet, wenn du was findest. Boah, Ficky Ficky. Ich dachte, der Typ ist jetzt hier voll der krasse Lieder. Hat der jetzt den Schlüssel benutzt, oder was? Nein. Sondern? Ja, nix. Ging nicht. Was ging nicht? Der Typ spricht Finish und wir verstehen ihn halt nicht. Das ist doch kein Finish. Aber weißt du, warte mal, du hast doch, ach du hast die Bombe jetzt verbraucht. Was denn? Ja, gab's nicht. Guck mal, hier am Wasser war doch noch so ein Ding, was man frei machen konnte. Ja, dann gebt ihm doch einfach irgendwas krasses. Ich hol einfach nochmal eine Bombe. Also, warte. Hast du noch eine? Ich weiß nicht, ob man... Drei Bomben... Warum denn noch eine Bombe? Was will der denn mit einer Bombe? Hier kann man noch das Wasser wegbomben. Also hier ist das Wasser noch verstopft. Außerhalb der Mine, direkt vor der Mine. Ja, warte. Dann machen wir hier so einen... Allah-Wakba-Move. Und dann... Ich hab's schon mal überm Kopf hier, meine Kirschbombe. Kann man die Wärme oder nur legen? Wenn man besser im Angeln wird, dann zappeln die Fische nicht mehr so krass. Okay. Hier, guck mal. Da, ja. Ah, ich glaub nicht, dass es geht. Warte mal, erstmal hier. Wer ist da hier? Demetrius. Da wär kein Köder dran. Da läuft es so mit den bäuerlichen Geschäften. Es ist Weizenzeit, nicht? Es ist Kerbst, nicht? Also ich mach jetzt hier mal Bombomat, ja? Aber ich glaub, das geht nicht. Nee, ich kann die hier nur so an die Seite legen. Siehst du da, wo ich stehe? Ja, ich stehe, wo du stehst. Da könnte ich sie hinlegen. Moment mal, wo sind denn jetzt die... Ja, das brückt ja wahrscheinlich nix, ne? Ja, richtig. Ja, richtig. Na gut. Hier liegt nur eine Wildpflaume, falls du eine brauchst. Nehm ich mit. Oh, Gold war die. Das war eine goldene. Und jetzt frag nicht, wie wir die Brücke repariert kriegen. Da klatscht es. Nee, wir singen. Angeln ist das Beste der Welt. Keiner angelt so toll wie ich. Oh, oh, jetzt ist da auch noch so. Es ist schon zu spät. Jetzt kann ich wieder nicht gucken, was die Küche kostet. Brauchst du ein neues Schwert? Neuer meins macht. Nein, natürlich gar keins. Ein verlorenes Buch wieder mal gefunden hier. Lava Katana, krass. Ui. Bin ich eigentlich der Einzige die ganze Zeit, die diese Bücher findet? Kostet nur 25.000, das Lava Katana. Hahahaha. Schnäppchen, komm, da kauf mal gleich zwei. Ja. Bring mir auch eins mit. Was kann das? Wie gesagt, unsere Quest. 55 bis 64 Schaden, plus drei Verteidigung, plus 25 Crit, plus drei Gewicht. Wo ist das jetzt gewesen? Ihr habt noch was freigesprengt oder was? Nee. Das ist in der Abenteuer-Gilde einfach. Langweilig. Wo hat er denn hier geprasselt ein Kaminfeuer? Wo gibt's denn hier Bier? Und es gibt Lava Katana für 25.000. Und das Beste ist, Brilli darf hier nicht rein. Klar darf ich da rein. Nein. Klar darf ich da rein. Nein. Ja, was ist ja da wieder rein. Hier dürfen wir keine Mädchen rein. So. Ich geh mal Richtung Bett. Ich verkauf mal meinen ganzen Fisch. Guck mal, was hab ich hier gefunden? Das brauchen wir doch. Was hast du denn gefunden? Ja, das brauchen wir. Und zwar eine Haselnuss. Die müssen wir im Gemeindezentrum abgeben. Das weiß ich. Dann geh ich auch nochmal ins Gemeindezentrum. Ich hab hier nämlich noch einen Pilz. Ja, das schaffst du. Schaffst du das zeitlich noch? Ja, sicher. Könnte eng werden. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Was machst du immer so lange in der Kiste? Nachts geh ich einfach mal. Dann guckt man mal in diese Scheißkiste, ja? Und dann kommt dir gleich wieder einer an und geht einem auf den Sack. Ja. So. Ich geh jetzt ins Bett. Dann schnaubst ich voll von euch. Fick dich selber, Herr Klo. Der ist so crazy, Alter. Was fehlt denn hier noch? Hier fehlt noch eine Haselnuss. Ja, hab ich. Ja, dann los. Das schafft er nicht mehr. Ja, das schafft er nicht mehr. Machen wir in der nächsten Folge. Das ist doch der perfekte Cliffhanger. Cliffhanger. Cliffhanger, genau. Wie ist jetzt meine Folge kaputt? Beziehungsweise meine Platte voll. Seit irgendwann zwischen der Folge. Toll. Komm mal ins Bett. Komm, wenigstens mal bei euch mal ran. Bei euch selber. Ja, wahrscheinlich, genau. Komm, du ins Bett, nu. Ja, hab ich noch einen Weg, du. Du mach doch, du. Du Arschloch. Ich kann ja noch mal gucken, was im Fernsehen läuft. Ich kann nicht pennen, wenn der Brilli nicht da ist, ey. Was gibt's denn? Leben vom Land. Ist jetzt eigentlich das neue Wort für Arschloch wirklich, äh, Heckscheide? Das hast du zumindest so definiert. Es ist Brombeerenzeit. Die Büsche des ganzen Landes strotzen nur so vor. Komm, wir sind ins Bett. Geh einfach nach draußen und sieh selbst. Komm, wir sind ins Bett. So. So. Ist Schluss, oder? Ja. Ja. Oh, Level ab. Fischenstube 5. Oh, wählen einen Beruf. Fischer, 25% mehr Wert von Fischen oder Fallensteller. Für die Herstellung von Krabbenreusen werden weniger Güter benötigt. Ach, scheiß auf die Krabbenreusen. Na dann, ich würde sagen, such das mal aus und dann kann ich Tschüss sagen. Hältst du gerade dein Gesicht so in deinen Händen geborgen? Ja. Ah, was mach ich denn jetzt? Ich kann mich nicht entscheiden. Zweiflung spricht aus ihm. Naja, weil der so lange rummehrt für seine Entscheidung. Ah, ich mach Fischer. Ich bin Fischer, durch und durch. Ja, denk ich auch, denk ich auch. Dann, tschüss. Firti. Tschüss.